Was war noch in Ihrem Geldbeutel? Was hatten Sie noch dabei? Dabei. Was hatten Sie noch dabei? Dabei. Ihr Pass war nicht im Geldbeutel, oder? Was hatten Sie noch dabei? Ihr Ausweis war auch im Geldbeutel, oder? Sie hatten den Geldbeutel in Ihrer Hosentasche, oder? Sie hatten den Geldbeutel, oder? Meine Kreditkarten und mein Bargeld sind weg. Wie viele Kreditkarten waren in Ihrem Geldbeutel? Die Kreditkarten waren auch in meinem Geldbeutel. Können Sie beschreiben, was noch im Rucksack war? Geben Sie mir bitte die Wegbeschreibung zum Hotel. Wegbeschreibung Wegbeschreibung Die Wegbeschreibung zur Jugendherberge ist kompliziert. Ich glaube, ich hatte über 20 Karten im Geldbeutel. Sie glauben, Sie hatten über 10 Euro in Ihrem Geldbeutel. Ich bin mir sicher, dass die Karten nicht im Rucksack sind. Ich bin mir sicher, dass die Karten nicht im Rucksack sind. Wegbeschreibung Ich glaube, ich hatte über 200 Euro dabei. Wegbeschreibung Sind Sie sich sicher, dass die Karten nicht im Koffer sind? Wegbeschreibung Wegbeschreibung Geben Sie mir bitte die Wegbeschreibung zum Hotel. Wegbeschreibung Ich glaube, ich hatte über 200 Euro dabei. Wegbeschreibung 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 Untertitelung des ZDF, 2020